M-m-miss, hab ich ge- äh, wieder da. Ich heiße, ja, ihr seid alle doof. Ja, danke, hörst du mich auch. Skippwitsch! Ich hab gleich eh mein Gap-Closer, dann komm ich wieder dicht ran. Aha, jetzt weiß ich auch, was das heißt. Glückwunschlack, du bist der Beste. Was heißt das denn, ne? Alter, warum drück ich eigentlich auf Aufnahmestopp während ich aufnehme, das ist voll gay. Also die Hälfte hat man jetzt eh nicht mitgekriegt, natürlich den Teil, wo ich gut war. Und andere Teil hat man gesehen. Alle miss. Nein, einstreckischer Rückzug. Ich kann auch sagen. Ups, weh. Alle miss, alles reh, könnt ihr euch mal entscheiden hier? Ja, jetzt ist alles miss. Das ist scheiße, weil wir unten keinen Range haben. Ich hab grad so. Aaaaah, ich komm nicht zum Aufrüsten, ey. Falke! Ich geh voll gefailt beim Aufrüsten, ich werd zu aufgeregt und dann bin ich voll gefailt. Bumm. 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 Ich bin so pro, so zu pro, so zu pro. Brauchst du mal Hilfe unten? Tg. Ich hatte einen Stun bereit. Da, ne, ups. Ne, bleib jetzt oben hier. Oh, mein Zyber ist kräftig. Gay. Pedobear, you faked me. You faked me. You faked me. Ich hab nur 26 FPS, das ist irgendwie gay. Ich spiel immer mit so viel, beziehungsweise mit so wenig. Haben wir jetzt eigentlich Wayne getötet? Ja. Ja, good job. Wow. Drei Stunden später. Ja, ich bin grade. Aber ich hab immer noch mehr Leben als die so. Okay, eigentlich nicht. Aber ich tu's mal so als ob, damit er verwirrt ist. Wie es tust. Wir schauen, ob es sich unsichtbar macht. Ich war auch ein eindeutiges Sidewall. Oh Gott. Dappdi Dapp. Überraschungsangriff! Ja, Daxan kommst du, oder... Weiß nicht, was machst du? Ne, der hat grad... Ich hab ein bisschen locken. Der hat grad ne neue Imbar-Strategie. Ich hab nicht genug Mana für ne volle Combo. Funktioniert ganz sicher. Dann hat er gestärben. Okay. Moment. Gelerben. Nooo. Mach ne halbe Combo, ganz einfach. Mach ne 3-4-Druck-Combo. Ich überrasch die Ratte jetzt. Pass auf. Überraschung! Stun! Ich hab ne unsichtbare Ratte gestunt. Ja, echt überrascht. Ne. Voll mal weggerannt ist von mir. Ich glaub meine FPS sinken jetzt während des Spiels. So ein bisschen runder. Ah, ich bin Level 6. Jetzt kann ich Ulti machen. Ach, ach. 2. 5. 5. deswegen ich kann den 25 Sekunden das Twitch mal wieder tot was lustig finde hast du den PaedoBear ready? den hab ich schon ready komm hier mal entzünden, ready, fail Ignite is Pro Drex Spoon DUDE DER GEPRORS! okay ich bin fail NAAAAAIN ALTER NAAAAIN verzeifelt er schreit auf du mua ich will sterben sind sie miss oder sind sie tot? einer ist tot okay in der anderen ich geh mal kurz weg hol mir mal kurz Schuhe einmal Einser Schuhe und ich kann mich bei der... Alter wenn der so weiter verreckt sind will alle deine Kripp wissen ja du wirst du wirst du dir alles machen ihr wollt ja nur wissen dass ich denn nicht mehr auf ne Lane runter muss ne das ist euch klar äh ich bin nur dir EY WIE DIE LÄCHE wie die Ratte wegrennt ey kann die nicht mal da bleiben allein schon wie die Ratte wegrennt ja das ist ja auch ne Ratte hhahaha guter Witz er hat Ratte gesagt hhahaha Ratte verstehst du weil die Ratte die sind nicht bewegt hhahaha Alter Drecksack hast du kein Wort? ich hab ein Wort DIE TWITCH DIE hhahaha tschuhe also ganz ehrlich der Typ der jetzt nur deine... deine erste lol-aufnahme kennt und jetzt die hier anguckt der wird ja einen Schock kriegen ja weil du so schlecht bist ey ne was kein Tankseko gibt I DESTROY EVERY TOWER DRACKSEY DRACKSEY du bist ein DRACKSNOB warum verreckst du gegen die Wayne? na bin ich gar nicht was? er ist getötet gar nicht er lügt soja ich mach mir grad mal den Waffen ich krieg das DOWN ich krieg das DOWN ich hab keine Ahnung mehr bist du dumm hhahaha So mein Hurensohn hat mich gestealt tschuldigung Burn out, witch! Du meinst Maokai, ne? Ja, der kann ruhig spielen, der braucht ihn. Was empfiehlt der Pro gegen Maokai-Holz, wer das da hin? Was empfiehlt der Pro gegen Maokai-Holz, wer das da hin? Welch famoser Spaß! Alter, der Witz ist doch schlecht, ey! Das sind deine auch nicht besser. Meine sind die einzigen Waren, nur erzähl ich nie welche. Zulch-Holz, tschüss, hihihi Oh, BUMmm, ja! Miss-miss-switch-miss-switch-miss-switch-d-switch-d-switch-d-switch-d-switch-d-switch-d-switch-d Switch-miss-switch-miss-switch-d-switch-d Da wurde 2 zu unten vor ULTI. Ja, jetzt kam ich ULTI Alter, wie hat er defensiv spielt die S***? Ich hab ihn nur zweimal getötet Ja, du darfst kommen Wer, ich? Yayyyyyyyy! Kleines Mädchen will mit spielen! Wo soll ich da sein?! たったったったったったったったったったったった! Kleines Mädchen ist on the party! Entspiels mit! La 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 la! Please kill em all! Ich könnte mein... ...ich könnte meine Ulti mach... Oh ihr seid alle doof! So, hast du nicht Ulti gleich gemacht du Froh! Wart ich die erst jetzt ready hatte?!?! Ich hätte mich flashen können jetzt aber N e en Zurück! ...oh ist denn alles schlecht du grrrr. Nne egal hab ich immer noch... Fartel kann Twitch töten aber... Überraschung, dann kriegst du auf die Ratte! Burn! Nein, Thomas versaut es wegen. Tihi! Nein! Ich hab Angst, Twitch miss. Das steht vielleicht daran, dass ich günstig mal gemacht habe, aber das ignorier ich jetzt mal gekonnt. Twitch immer noch miss. Nein, nein, nein. Dark, pass auf, Twitch ist immer noch miss. Ja, sie hat mich weggeschossen. Spiel mal Defensiv-Rigger. Defensiv-Rigger. Ja, irgendwie ist Twitch immer noch... Oh, da ist er ja! Hallo Twitch! Ich komme und spiele mit dir! Felde! Lasst uns ein Spiel spielen! Fuck, ich nein! Burn it! Burn it! Ich bin der Tank! Nein, das kann uns den Tank angreifen, das geht doch nicht! Ja, das ist mir klar. Ich bin nicht grad in Bauwerk... Du, 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 du! Typ das ist der Tank... Tape! Danke, du doob! That's how you farm last hits. Tibers! Pwn sie alle weg! Pidobere, go! Pidobere! Pidobenei, du doob! Ich bin mal kurz den Jungle durch worden, ne? Ich bin immer noch nicht backgegangen, ich hab 3200 gerade. Dann geh mal back! Nee, ich will Chabadons! Instant! Ah ja, Star! Wie immer, wie immer! Ja, wirklich! Ich hab grad meinen Stun ge-wasted, wenn jetzt Twitch kommt, bin ich voll ge-owned. Vielleicht hab ich ihm grad die Rübe wegge-burned. Immer noch Mist. Der hat was, der mag mich einfach nicht, der kommt nicht mehr. Der hat mich jetzt verlassen. Da ist er ja wieder! Nein! Du hast ihn angegriffen. Schnell Tower, ganz kurze Hit auf den Tower. Passt du. Endlich! Sei mal gestunnt! 1 Spell, 1 Spell! Ich mach 1 Spell! Oh, du Dreck-Stealer! Soll sie doch! Ja, jetzt kann sie nicht mehr kommen! Ich klau jetzt alles, was auf deinem Weg ist, Dreck-Sack! Oh, Mario Kai! Hallo! Ich will mit dir spielen! Ja, genau! Sie gankt die von Neutralen Vasallen! Oh, ihr seid alle solche Stealer-Noobs, ey! Jetzt kaufen wir Rabbadons aus Frustration, ey! Ich brauch mal schnell Dragon! Ich hab noch beide Tränke, ey! Das ist so lame, der Twitch! Ähm... Brabadons! 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 Wenn ich das Ding gekriegt hättest mit Raiden, sie kann so oft tumbling, wenn man rankommt! Ich frag mich grad ehrlich... Es ist das erste Mal in der Aufnahme, dass ich gut bin! Ich find das toll! Stimmt ja nicht! An der einen Aufnahme, die du nicht hochgeladen hast, von uns warst du auch gut! Die hab ich auch schon gelöscht! Ja, das ist klar! Aber die jetzt lad ich auch gleich nachher hoch! Also... BOOM! Ich... Dann muss ich das aber unbedingt sehen, weil ich weiß ja nicht, wie's ausgeht! Ganz e- Ich frag mich gerade ganz ehrlich, warum ich struggle mit Annie... Egal, ich hab nen Drachen, also ich hab nen Drachen, also... Komm, holen wir uns! Wartet auf mich! Ich hab die Ulti- ich hab die Ulti- bereit, du kannst mich! Ist das nicht... Nein! Das FK! Das FK! Mein Kill! Yes! Nein, ich bin Ken-Steeler, ich bin Pro! Nee, jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt dir recht, dass du zwei Abonnenten gelostest! Ich hasse dich auch. Yes! Sag doch, er ist AFK. Wahrscheinlich, dass es zweimal du mit Fake-Accounts mich telefoniert haben, ey. Definitiv. Genital! Ich wette, ich hab'n Twitch getroffen, nur da Angst ist zuzugeben. NEIN, der hat mich ausgedriggst, die Sau! Ich hab' Stun bereit. Keine Sorge, ich schaff's nicht. Aber ich schaff das noch, ich Tower-Dive einfach. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ich Tower Dive ver á jetzt, ich Tower-Dive drückt der Tower, man kann die Tower ta "'wrab지고". Okay, dann komm mit dem Tower-Tower-Diven. Er SEEKREFT mich entsprechend den Tower, das macht was schau. Nie, ich muss das an alle schreiben. Es war's schon. Das war ja lame. Siewä, Leute.